Ein guter Trainer braucht natürlich Leidenschaft für diesen Job, die hat Victor auf jeden Fall. Er hat lange hier gespielt, er kennt den Verein natürlich jetzt ad hoc und kann sofort loslegen, er kennt alle Spieler. Durch seine Vergangenheit im Nachwuchs hat er natürlich auch etwas, was uns auch wichtig ist und was für die Zukunft, glaube ich, wieder sehr viel wichtiger sein wird, nämlich sozusagen den Blick auf den Nachwuchs auch. Wir wollen und müssen auch mit unseren eigenen Strukturen arbeiten und wollen Spieler entwickeln. Und das hat er auch gezeigt, dass er Spieler besser machen kann. Also er bringt vieles mit, außer zugegeben Erfahrung in der Bundesliga. Victor ist keine billige Lösung. Also ich verwehre mich dagegen zu sagen, das war irgendwie ein entscheidender Punkt oder auch nur ein wichtiger Gedanke, dass Victor schon da ist im Klub. Wir haben überlegt, sozusagen in welche Richtung wir gehen. Natürlich waren Alternativen da, viel Erfahrung, vielleicht auch viel Erfahrung mit der Situation Abstiegskampf. Aber wir haben uns dafür entschieden, auch eine Lösung zu finden, wo wir zumindest das Potenzial sehen, dass sich daraus auch, wie ich sagte, nachhaltig etwas entwickeln kann.